Übelkeit, Ursachen und Vorbeugung, Brechreiz, Schwindel, Hitzewallungen und ein elendiges Gefühl kennzeichnen Anfälle von Übelkeit. Übelkeit kann sehr viele Ursachen haben, die aber grundsätzlich fast alle auf einen Mechanismus im Gehirn wirken. Egal ob es sich dabei um Reize aus dem Verdauungstrakt, dem Gehirn oder anderen Körperregionen handelt, ein gewisses Zusammenspiel vieler Faktoren führt dazu, dass das Brechzentrum alarmiert wird und wir Übelkeit verspüren. Damit einhergehen oft Schweißausbrüche, Hitzewallung, Lässe, erhöhter Speichelfluss, Schwindel etc. Ursachen von Übelkeit So einfach die Erklärung für die Entstehung von Brechreiz ist, ist es allerdings nicht bei der Klärung der Ursachen von Übelkeit. Diese können sehr vielseitig und unterschiedlich sein. Manche Ursachen sind harmlos, andere wiederum sollten als ernstes Warnzeichen einer schwereren Krankheit wahrgenommen werden. Folgende Ursachen kommen unter anderem für das Übelsein in Frage Schwangerschaft Vergiftung Z B Zu hoher Alkoholkonsum Nierenversagen Magengeschwür Magendarmerkrankungen Tumorerkrankungen Krebskopfverletzungen Z B Gehirnerschütterung Gehirnerkrankungen Migräne Reisekrankheit Dehydration Störungen des zentralen Nervensystems Darmverschluss Medizinischer Notfall Bauchfellentzündung Medizinischer Notfall Blutverlust Lebensbedrohlich Starke Schmerzen Risiken von Übelkeit Das aus starkem Übelsein resultierende Erbrechen ist eine Art Nordreaktion und dient dem Körper in diesem Moment dazu, sich von beispielsweise Giften zu befreien, die Grund und Auslöser der Übelkeit waren. Ein häufiges Erbrechen, ob bewusst herbeigeführt oder durch anhaltende, unbehandelte Übelkeit ausgelöst, kann zu Schaden an der eigenen Gesundheit führen. Erbrechen führt zu Flüssigkeitsverlust, Mangel an Elektrolyten, Gewichtsverlust, Zahnschäden durch die Magensäure, Wirksamkeitsminderung von Medikamenten. Häufiges Erbrechen kann zu Stoffwechselentgleisung führen. Es ist daher auch bei einmaligem Erbrechen wichtig, den entstandenen Verlust an Flüssigkeit und Elektrolyten sofort wieder auszugleichen. Dafür eignen sich spezielle Lösungen aus der Apotheke, spezielle Getränke und auch Hausrezepte, wie zum Beispiel Gemüsebrühe, Hühnerbrühen, Cola-Salzstangen, Traubenzucker mit Salz, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte und andere Hausmittel. Wichtig ist, unmittelbar nach dem Erbrechen den Mund mit klarem Wasser gründlich und mehrmals auszuspülen, damit die Magensäure möglichst wenig Zeit hat, am Zahnschmelz Schäden zu hinterlassen. Was hilft? Es gibt natürlich Medikamente, die das Übel beseitigen und den Brechreiz verschwinden lassen können. Diese sollten aber nur dann eingesetzt werden, wenn die Ursache eindeutig feststeht und völlig harmlos ist. Dazu gehört die Reisekrankheit und auch Magen-Darm-Virus-Erkrankungen. Ist die Ursache nicht klar, lasse bitte die Finger von solchen Präparaten und suche schnellstmöglich einen Arzt auf, um mögliche ernsthafte Erkrankungen auszuschließen. Gegenübelkeit gibt es. Aber auch natürliche Mittel, die wir dir gerne vorstellen möchten. Akupunktur In der Apotheke gibt es spezielle Armbänder, die einen bestimmten Akupunkturpunkt am Handgelenk stimulieren. Dadurch wird Reiseübelkeit gemindert oder entsteht erst gar nicht. Es ist wichtig, dass dieses Armband in der richtigen Größe gekauft und auch an der richtigen Stelle getragen wird. Nur dann kann es gegen Übelkeit helfen. Ingwer der Tausendsasser Ingwer ist auch ein hervorragender Alliierter im Kampf gegen Übelkeit. Seine Inhaltsstoffe wirken fast ebenso gut wie synthetisch hergestellte Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen. Wer den Geschmack von Ingwer nicht mag, kann Tabletten mit konzentrierten Wirkstoffen des Ingwers einnehmen, aber da bei Übelkeit eine Flüssigkeitsaufnahme immer sinnvoll ist, empfehlen wir Ingwer-Tee. Reibe den Ingwer in kochendes Wasser und stelle so einen starken Sud her. In kleinen Schlucken trinken. Gegen Reiseübelkeit kannst du auch während der Reise kandierten Ingwer oder frische Ingwerstücke kauen. Bitte nicht in der Schwangerschaft anwenden. Fenchel Die ätherischen Öle im Fenchelsamen wirken beruhigend auf den Magen. Bereite dir einen starken Fenchel-Tee mit mehreren Teebeuteln oder Löffeln Fenchelsamen zu. Alternativ kannst du Fenchelsamen auch kauen. Der frische Geschmack im Mund tut zusätzlich gut. Was Übelkeit fördert, wenn dir übel ist, kannst du mit einfachen Verhaltensweisen verhindern, dass das Gefühl des Übelseins sich verschlimmert. Hält die Übelkeit länger als ein paar Stunden an, suche bitte einen Arzt auf. Rauchen, Kohlensäure, scharfe Gewürze, Schadstoffe, Z. Bei Alkohol und Fette verstärken das Übel. Folgendes solltest du bei Übelkeit aber in jedem Fall beachten. Nicht rauchen, Nikotin fördert Übelkeit. Kein Alkoholkonsum, Alkohol ist ein Gift. Keine kohlensäurehaltigen Getränke, nur kleine Schlucke trinken. Kleine Portionen essen, Z. B. Zwieback, Reis, Nudelsuppe etc. Fethaltige Speisen vermeiden. Starke Gewürze meiden. Wir wünschen dir gute Besserung.